Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit Martin Scorsese. Nachdem die Irishman nun endlich auf Netflix abrufbar ist, muss er aktuell in Interviews immer wieder Anleitungen geben, dass man den dreieinhalb Stunden Film unbedingt am Stück und nicht auf einem Handy oder kleinen Tablet schauen sollte. Schon Wahnsinn, dass man Menschen heutzutage sagen muss, dass man das Handy beim Schauen eines Films weglegen und nicht immer wieder pausieren sollte, aber die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne lässt nun mal grüßen. Derweil nimmt Scorseses nächster Film langsam Fahrt auf. In The Killer of the Flower Moon kehren seine Stammschauspieler Robert De Niro und Leonardo DiCaprio zurück. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Ermordung amerikanischer Ureinwohner in den 1920er Jahren, um an große Erdölvorkommen zu gelangen und die Jagd des FBI nach dem Täter. Die Dreharbeiten zu The Killer of the Flower Moon sollen voraussichtlich im März 2020 beginnen. Am 13. August 2020 startet der nächste Ghostbusters-Film in den deutschen Kinos, der bisher immer als Ghostbusters 3 betitelt wurde. Nun ist aber der erste richtige Trailer, dessen Veröffentlichung anscheinend nicht mehr lange auf sich warten lässt, durch die britische Altersfreigabeprüfstelle gegangen, die prompt den geplanten Titel des Films veröffentlichte, was sicherlich nicht im Sinne von Sony Pictures war. Allem Anschein nach heißt die an Ghostbusters 2 anknüpfende Fortsetzung Ghostbusters Afterlife. Neben dem altbekannten Cast rückt hier beispielsweise Paul Rudd als Hauptdarsteller in den Vordergrund. Eine richtig schöne Reunion und Nostalgie pur gibt es seit vergangenem Donnerstag in einem Weihnachtsspot zu sehen. 37 Jahre nach der Veröffentlichung von E.T. trifft der erwachsene Elliot mit seinen Kindern auf den besonderen Besucher und hier ein kleiner Ausschnitt dazu. Tintra Elliot Elliot Du bist wieder zurück mein Sohn Den gesamten Spot findet ihr verlinkt in der Infobox. Lohnt sich anzugucken, ich fand den richtig schön. Einmal Hauptdarsteller seien in einem Hollywood-Film, der weltweit über eine Milliarde Dollar spielt und man braucht sich um seine Karriere keine Sorgen mehr machen und hat für immer ausgesorgt. Der Pustekuchen, dass es auch ganz anders kommen kann, hat aktuell Mina Musud in einem Interview mit The Daily Beast klargestellt. Wer Mina Musud ist, fragt ihr euch? Das ist der Hauptdarsteller aus der diesjährigen Guy Ritchie- Realverfilmung von Aladin und er verkörperte logischerweise Aladin. Seitdem der Film sehr erfolgreich in den Kinos lief, habe der Kanadier nicht ein einziges Vorsprechen gehabt und seine nächste Serienrolle hat er noch weit vor der Premiere des Disney-Films bekommen. In einer Welt voller Überangebots, schnelllebigen Eindrücken und Stars, die schneller kommen und gehen als je zuvor, werden alte Regeln anscheinend immer mehr außer Kraft gesetzt. Bereits vor einiger Zeit hatte ich euch vom Blaue Blume Award berichtet, bei dem ich im Februar 2020 Jurymitglied bin. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb, der romantische Kurzfilme auszeichnet, aber nicht nur eine Jury entscheidet, sondern ebenso das Publikum, um den Preis für den besten Film auszuloben. Noch bis zum 9. Dezember könnt ihr für euren Lieblingsfilm abstimmen und unter allen, die mitmachen, wird zusätzlich eine GoPro Hero 7 Action-Kamera verlost. Den Link zur Website, auf der ihr alle zehn Kurzfilme voten und anschauen könnt und da sind wirklich ein paar tolle Ideen dabei, findet ihr natürlich in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und dich selbst vielleicht ein wenig inspirieren lasst. Und hier noch zwei weitere Kurzfilm-News. Am 25. Dezember erwartet uns die Musical-Verfilmung von Cats in den deutschen Kinos und nachdem der Look in den Trailern viel Spott nach sich zog, soll das CGI im finalen Film verändert und angepasst worden sein. Nach Sonic, also der nächste Ruf des Publikums, der erhört wurde. Und nachdem Netflix sich in der Vergangenheit die Rechte an 16 Roald Dahl-Werken gesichert hat, soll sehr bald die Produktion einer eigenen Charlie- und die Schokoladenfabrik-Serie beginnen. Ein Veröffentlichungstermin hierfür ist noch nicht bekannt und damit sind wir am Ende dieser Folge Film-News. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme-, Serien- und Dokus. Tschau!